Liebe Studierende, ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wir kämpfen zurzeit mit aller Kraft, um die Ausbreitung des Coronavirus zu entschleunigen und zu verlangsamen. Und dennoch steigt die Zahl der Infizierten dramatisch. Unser Personal in den Universitätsklinika, in den Krankenhäusern, in den Gesundheitsämtern arbeiten hart und an den Grenzen der Belastung. Und deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung. Wir brauchen Sie. Bitte melden Sie sich bei den medizinischen Fakultäten in Ulm, in Tübingen, in Freiburg, in Mannheim oder Heidelberg. Sie können einen wichtigen Beitrag leisten zum Gesundheitsschutz in unserem Land. Vielen Dank.